Sicherheitsfunktion oder was ne? Q oder E? Auf E mach ich das. Dann hat jeder einmal Medizin, einmal Technologie, einmal Sicherheit. Talente und Vorteile oben sind noch gesperrt. Okay, ich kann jetzt wenn ich an Paul rangehe. Was seh ich da? Ich mach mal Q. Nix. Und wenn ich jetzt E drücke? Ah ne. Ja geht hier noch nicht wahrscheinlich. Wird bei euch unten rechts angezeigt, was ich für ne Fähigkeit hab? Also jetzt seh ich bei euch auch was. Ja, ok. Ja! Ladies and Gentlemen! Es ist real, wir sind da! In Z-Division. In der Partymeile. Wir drücken direkt mal M. Und da seht ihr auch schon die neue geile Map hier. Ziemlich cool. Da seht ihr nen Hub. Da sehen wir nen Freund. Da rennt irgendwer rum. Der Bohrer läuft da vorne rum. Ich kann sogar sehen wo andere Leute hier rumlaufen. Da vorne läuft noch ein Freund rum. In der Joy-Tech. Also ich seh Freunde hier auch auf der Map rumlaufen. Da unten ist noch einer. General Crazy und so weiter und so fort. Gut! Ja wollen wir los? Warte bereit? Was bedeutet das da? Ich hab doch neben mir so nen Hub, ne? Neben meinem Ding. Was bedeutet die 32 und 30? Drum steht 15. Bei 32 und 30. Das werden wir nachher sehen denk ich mal. Ich hab keine Ahnung. Ok. Weiß ich nicht. V2 steht bei mir unten rechts. Das ist Medic, ne? V. Ah ok, V ist Medic. Alles klar. Zwei Medicids hab ich dabei. Schau mal hier durch die Stadt. Und die Grafik sieht echt beeindruckend aus, ne? Auch hier der Boden, der Schnee und sowas alles. Also da muss man schon sagen, ey Respekt Jungs. Wie gesagt, ich hab leider noch ein bisschen rucklich. Vielleicht geh ich doch noch ein bisschen runter mit der Sensor TV. Wir gucken gleich in der Stadt, wie es dann aussieht. Oh, guckt euch das mal an hier. Wie schön das ist. Alles schön hier. Wir müssen hier durch. Durch den kontaminierten Bereich. Denn die Stadt ist mit einem Virus verseucht. Das ist die Geschichte hinter der Division. Ähm. Ich find den Rucksack schön. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Guck mal, hier ist eine Trauerschette für alle Leute, die schon gestorben sind. Guck mal, wie detailreich auch hier alles so angeordnet ist. So, da liegen Blumen, da gibt's einen Blumenstrauß. Da hängen Bauarbeiterhelme und irgendwelche Poster und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt, guck mal hier, hier ist ein Händler. Hier haben wir einen Händler schon direkt. Hier ist auch ein anderer Spieler gerade unterwegs. Was? Ich rede mal mit dem. Irgendwas dabei, das sie brauchen. Okay, hier könnten wir jetzt einkaufen. Warte mal, wir haben eine Hand, Feuerwaffe, Lebenspunkte, Fertigkeitsstärke. Woran sehe ich jetzt? Wie viel besser das ist als meins? Boah, ich kapiere gar nichts. Ich kapiere gerade überhaupt nichts, ja. Das ist bei mir auch so. Okay, das machen wir gleich. Ich kaufe mir jetzt am Anfang sowieso nichts. Ja, hier bin ich da. Ja, hier bin ich da. Das ist gut gegangen. Weil ich hab das Gefühl irgendwie, die sind sehr leise. Weil hier ist alle zu laut in-game. Warte mal, ich geh mal auf. Ich hab's leiser irgendwann gestellt. Ja, das müsste ich auch machen. Audio, Musik, Lautstärke, dann gehen wir ein bisschen runter sowieso. Effekte auch mal ein bisschen tiefer. Und Dialog auch. So. Gruppenlautstärke, Lautstärke in der Nähe. Alles klar. Dach mal was? Hallo? Mischung im Kino. Ich geh doch nochmal ein bisschen runter. So, da sind wir. Wie mach ich denn so Emotes und so? Achja, Emotes? Ja, weiß ich auch nicht. Y? X? Bei X läuft der los? Bei X läuft der einfach los? Was ist das denn? Ja, das ist das, was ich vorhin gemacht hab, wo du sagst, dass ich es noch stehen treiben. Bei X ist sowas wie ein Nachbett oder was? Bei WBW. Das ist einfach ganz anders los. Keine Ausdruck. Mal was? Auffüllen? Ah, da ist Munition? Okay. Also Munition. Gibt's irgendwas, das sie brauchen? Drei Granaten for free? Ja, nice. Nehme ich da sofort mit? Guck mal, guck mal hier. Geht mal auf Aussehen. Warte mal. Er sieht aus wie ich. Er sieht aus wie ich. Aber hat er eine andere Kleidung. Guck. Ja. Oder hat er andere angezogen. Hat er vielleicht schon gefunden oder so? Ach so. Keine Ahnung. Oder kannst du die hier kaufen? Und? Was gefällt ihnen hier? Hier gibt's nur Waffen, hab ich das Gefühl. Komm wir gucken mal gegenüber auf der anderen Seite. Warte? Ich warte, ich will erst wissen wie wir das machen. Was denn? Was denn? Mit den Downspringern. Warte mal. Einstellungen, Tasten, Belegungen. Ah, die sind nicht belegt. Klettern, Steuerung. Oh Gott. Okay. Müsli-Riegel essen. Emotion 1 spielen. Aber da gibt's so ein Menü, so ein Emotion-System. Ja eben. Ach du Scheiße, was für Tasten. Ich raste aus. Mineralwasser trinken, Wasser trägt Nahrungskonsern und Essen. Es gibt doch bestimmt eine... Müsli-Riegel. Ja eben, hier gibt's richtig Essen und Trinken und so. Mein Gott ey. Cool ey. Ja, wie das geht. Ich hab immer gern rumgesprungen. Weißt du nicht wie das geht? Waffenhändler? Nee. Achso. Ich guck gerade. Irgendwo muss das sein. Warte, ich will noch einmal hier mit dem Typen reden. Ach hier war's doch. Ah nee, das ist was anderes. Ihr könnt aber... Moin Faulie, grüß dich! Wenn ihr V drückt, dann kommt auch so ein Menü. Da kommt auch so ein anderes Menü. Für Essen und so. Wenn ihr V gedrückt haltet. Mhm. Eiu. Was passiert für eine X? Wo läuft der denn da hin? Ach dahin wo du hin musst. Läuft der automatisch denn oder so? Nein, das ist aber nur geradeaus laufen glaube ich. Damit du nicht ganz der Wege gedrückt halten musst, denk ich. Oder? Ja doch guck, siehst du. Irgendwas stand hier jetzt gerade. Ich hab meine Klamotten geändert. Wie? Wenn du... Wenn du... I drückst. Und dann gehst du oben auf... Aussehen. Da kannst du zum Beispiel, wenn du Doppelklick irgendwo machst, kannst du die Sachen ausziehen. Ja, das hab ich ja gerade gesagt. Achso, wusste ich ja nicht. Hier lacht gerade irgendwas rum. Hier liegt was rum. Schlittergranaten und so. Bei mir steht aber Inventar voll. Achso, das ist an... Ausgezogen, umgezogen. Ah, ok. Guck mal, die Farb wechseln. Ich glaube nicht. Komm, lass uns erstmal weitergehen. Ja warte, wir wollen ja hier mal gucken, was man hier für Händler gibt. Hier lacht schon alles rum. Einsatzbericht anfordern. Oh, hier gibt's ganz viele Missionen. Nebeneinsatz entdeckt. Oh, ich hab hier mehrere Einsätze entdeckt. Wenn ihr hier diesen NPC anquatscht hier gegenüber... Habt ihr das schon gemacht? Ja, nie. Er hat uns drei Nebeneinsätze da gegeben. Ich kenn den nicht anquatschen. Ah ja, doch bei mir jetzt auch gerade. Hast du das schon zu uns gemacht oder wie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenn den wirklich, denn wir bekommen kein Menü mit dem Quatschen. Vielleicht Lieder oder was? Vielleicht hab ich das schon gemacht, okay. Ja. Ey, guck mal, Katapolator, was ist das? Achso, ich kann nicht beobachten. Mit Tab. Kann man Spieler so beobachten. Wie kann ich markieren, warte mal. Wie duke ich mich denn? Ja, wie dukt man sich, ne? Ich kann gar nicht wieder Deckung gehen. Deckung ist mit Letters da. Ja. Aber ich glaub, es geht nur im offenen Kampf, oder? Das ist diese komische... Friedenszone oder so. Kann das sein. Das ist halt... Diese Ware ruft geradezu nach ihm. Ja, haben wir schon. Hat Ihnen irgendwas gefallen? Ah ja, stimmt. Dann nächstes Mal. Okay, also ich wär dann soweit. Wie sieht's für euch aus? Ich bin auch fährt. Okay. Dann mal los hier. Hier drei. Dann gehen wir zu den beiden. Dann gehen wir mal los. Wo müssen wir hin? Hier erstmal die Straße lang, ne? Ich wundere die Taste X. Achso, warte mal. Ich muss euch markieren. Ich muss euch markieren. Nee, nee. X ist einfach nur gerade auslaufen. Damit du nicht W drücken musst. Die ganze Zeit. Jetzt müsstet ihr ne Markierung haben. Habt ihr so ne Markierung bekommen? Zu dieser Tafel hier? Ja. Hier sitzt Tafel. Und hier ist Lager. Guck mal, hier ist ein Lager. Nichts angelegt. Alter, ich bin erschrocken. Irgendwann piept hier mal. Haha. Okay, hier ist die Tafel. Drück ich mal F. Ja, hier kannst du auch geborgen. Okay, Kampf entdeckt. Kampf entdeckt. Ja, alles. Tatenaktualisierung. Habt ihr auch mehrere Waffen im Winter? Ja, ja. Wie? 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 Dann hast du da mehrere Waffen, also... Tatsächlich? Ja. Oh ich hab hier auch Panzerweste. G ist eigentlich Granatenwaffe. Wie kann man denn anziehen? Ah guck mal! Du kannst die direkt miteinander vergleichen, was finde ich geil. Mit G. Ja. Hier zum Beispiel auf irgend. G. oh das check ich ja mal gar nicht hier das ist mir ein bisschen überfordernd bin ich ja gut ich bin soweit sagt mir da einfach mal bescheid oh gott jetzt kommt ja ganz viel kampf entdeckt bei euch auch wo führt uns denn unsere mission eigentlich überhaupt hin der der automatisch gehen wir erstmal durch jungs und mädels einfach hier durch diese schleure würde ich sagen wenn nicht wir können uns ja jetzt die mission machen also wir können bis level 10 glaube ich oder so level 8 oder 10 können wir kommen in dem singleplayer modus und im multiplayer kommst du viel höher da geht zwölf oder noch 15 oder was auch immer wir müssen hier lang warte mal drücken die karte geht schon tatsächlich ich kann keine waffel mehr auswählen ich kann keine waffel mehr auswählen waffel auswählen kannst du nicht oder wenn ok warum können wir das und du nicht ich konnte die waffen vor allem mit mausrad wurden mir oben einmal kurz die waffen angezeigt das geht es nicht mehr ja bei mir geht das ich kann hier wechseln wie bekloppt ich nicht ja dann starten wir neu würde ich sagen weiß nicht dann würde ich meinen rechner neu starten also äh spiel neu starten ein agent hat ihr team verlassen das ist natürlich super ich habe meine maus erfählichkeiten beim ziel 8 prozent nur höher komme ich gar nicht klar also ich finde es hier wie ich gerade habe ist gut ist schon ein bisschen schnell aber ich weiß ja nicht wie später du musst ja dann auch schnell irgendwo mal drehen aber ich brauche ich brauche weniger das ist viel zu schnell ist viel zu krass ja schnell drehen kann ich mich ja immer noch ja geht so wie kann ich nochmal meine spezial fähigkeiten benutzen mit e e ich habe irgendwie so ein was ist denn ne auch granate ne haftgranate die irgendwo fest haftet und ich dann zünden kann wie lange kann ich die jetzt nicht benutzen kann ich mein schild immer benutzen jetzt ne ne das ist nur eine bestimmte zeit glaube ich ne ne das ist nur eine bestimmte zeit glaube ich ich kann so laufen und dann also rum das ist schon geil man dann kann ich dahinter in deckung gehen man geht das denn immer ich glaube ich glaube es ist nur für mich ist glaube ich es gibt glaube ich noch andere dinge ja ey schließ dich mal an ist völlig feier an geht das gut guck mal ich bin da ich bin da jetzt kann ich wieder weg sein ich bin da ich bin da ich bin da ja ich muss die einladen du bist aber nicht online angezeigt jetzt nein 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 oh nein hat die gruppe verlassen ja du musst jetzt warte mal hast du die schon geedit ja ne ja ja hat mich nicht einer eingeladen wo ist sie denn jetzt hier jetzt warte mal du hast die eingeladen du bist aber abgehauen irgendwie ich lade euch nochmal neu ein kommt nochmal rein